Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Heute mal aus meiner Sicht zusammen mit dem Pfahlwolf und natürlich dem EingekorTV. Und wir spielen heute Ranked. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben schon zwei Spiele gemacht. Eins haben wir gewonnen, das andere haben wir verloren. Wie das alles so wird. Oh Gott, genau. Ups. Oh. So. Oh. Zinten besetzt, ja. Ja. Ja, sehr schön. Der eine ist einfach nur stehen geblieben, ne, dieser Rickpower oder so. Ne, gar nicht. Wie hieß der? The Funder? Irgendwie sowas. Schwesest, nett. Wow, my mate, vor allem das geile, der Typ ist zu klein. My mate. Nur sein mate, nicht deren mate vom Team, sondern nur sein mate. Ja, ja. Du hast den weggemacht. Aber jetzt wieder da. Was, Mann. Warum fährst du denn nicht hinterher? Ja, ich dachte lieber, ich bleib mal lieber am Tor. Nein, bei sowas kannst du ruhig fahren. Gerade am Anfang. Nein, was machst du denn? Alter, was machst du denn? Tut mir leid. Hau mich voll weg, ey. Und dann hau ich das Ding selber noch rein, ey. Ich wollte mich eigentlich unten drunter herdrehen, aber bin auch schon so spät. Ja, weil ich, der Ball ist ja schon wieder unten gewesen, wie ich eigentlich unten drunter herfahren wollte. Nein. Fuck. Oh, Alter. Ach, Mann. Wir haben jetzt wieder keinen hinten, ne? Ja. Doch, ich geh jetzt nach hinten. Ich hab nur verteidigt gerade vorne. Wo ist das, Slither? Du hast vorne verteidigt? Ja, den Ball nochmal. Nein! Du kannst ja auch offensiv verteidigen. Von dieser Ecke kannst du kein Tor machen, so. Ja, ich weiß. Der kommt wieder in die Mitte. Nix. Daneben. Ups. Nein! Ich fahr weg, ich fahr weg. Jawoll! Sehr schön. Ja, der hat das Zerstören eines Gegners ja mal was gebracht. Ja, und vor allem, ich hab dadurch nichts gesehen, ey. Ja, vielleicht war es ganz gut so, dass du nicht hast. Ich musste erst mal denken, so, ähm, scheiße, wo kommt ihr der Ball jetzt hin? Ich fahre. Ja, mach das. Das tut mir leid, meine lieben Zuschauer, ich stelle mich richtig nubbelig an, diese Runde. Ich hätte das Match davor aufnehmen sollen. Ja. Ach du Kacke. Kommt ganz schön scheiße, aber... Nein! Ja, und wieder? Warum ist denn keiner hinten? Ja, weil der Kater hat sich doch nach vorne gefahren. Nein, ich hab den Angriff angeführt. Nee, ich hab den Angriff angeführt. Ja. Hä? Ich bin mit dem Ball nach vorne gegangen. Nein, ich hab den Ball nach vorne gehauen. Ich hab's auf Aufnahme, du kannst das nicht widerlegen. Alter, ich hab den Ball als Erster nach vorne geballert. Nein, ich hab's auf Aufnahme. Oh mein Gott. Fuck. Warum hab ich denn dafür einen Torschuss gekriegt, Leute? Oh, ich seh zu... Ja, ich seh da auf einmal eine anfliegende, genau aufs Tor. Wie war das? Hinten bleiben? Ich bin doch hinten. Was wollte ich von dir? Ja, jetzt wieder. Ja, ich bin hinten. Verwirrt mich voll. Ich bin ja nicht. Alle guten Dinge sind drei. Nee, doch nicht. Oh, Lars, du bist so ne Muschi. Da kann ich doch gar nix für, du. Fässer, aus dem... Wo warst du denn? Wer? Ja, nicht du. Der wär wieder da vorne. Ja. Bist du blöd? Ich hab versucht, den wieder zu verteidigen vorne. Bin zum Tor gefahren. Verteidige den doch einfach nicht vorne. Verteidige ihn hinten. Ich war... Ja. Weil Lars den Ball verloren hat, hab ich den versucht, direkt in der Luft zu holen. Ach so, Abwehrspieler beim Fußball machen das auch. Wenn der Stimmer vorne verliert, läuft der Abwehrspieler nach hinten, oder wie? Nach vorne. Äh, nach vorne. Blöd? Du bist blöd. Oh, schön dran vorbeigelegt. Ich bleib hinten. Tut ja sonst keiner. Ein Verteidiger spielt ab der eigenen Hälfte immer mit. Aber egal. Ja, du bist aber die ganze Zeit vorne! Nein, ich war in unserer Hälfte. Pff, das stimmt. Sappel doch nicht. Das stimmt, er war kurz vor der Mittellinie. Das stimmt, da muss ich ihm recht geben. Ja, aber manchmal auch vorne. Ich habe versucht, den Ball, den Lars abgefälscht hat, direkt in der Luft zu nehmen, weil ich da war. Und das war's. Und dann bin ich zurückgefahren, da war es aber schon längst zu spät. Ja, jetzt konzentriere ich wieder. Ich bin nicht konzentriert gerade. Ups, hab ich doch nicht. Er hat mich zerstört. Ja, du kannst es von hinten neu aufbauen. Nein! Hab ich. Kommt in die Mitte. Kommt nicht in die Mitte. Oh, du bist... Legt er den selber weg, ey. Aber wie vor allem? Warte. Oh nein! Mann! Das ist doch scheiße! Was wäre hin? Ja, ich wollte den wegballern, dann direkt ins Tor und dann warst du im Weg. Wow! Ich habe dich gerade doppelt gehört. Echt? Ich habe dich gerade so laut gehört, dass es bei Lars nochmal zu hören war. Ich habe nichts gehört. Du hast dich wahrscheinlich... Ja, du hast dich nicht selber doppelt gehört. Nein, dann könnte ich auch, wenn es über Lars Rückkopplung gibt, aber ich habe nichts gehört, komischerweise. Oh Mann! Böde Sau. Ich mache noch. Nein! Ich will ihn nicht berühren! Oh, Alter, das wäre... Oh, oh. Janik hat den draufgeballert. Warum habe ich dann Torschusskasten gekriegt? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du denn du nochmal berührt, scheinbar. Ja, ich wollte ja nicht. Ich bin ja extra weggefahren vom Ball. Du hast ja wahrscheinlich nochmal berührt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, sehr gut. Oh nein! Jawoll. Nein! Oh nein! 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 Alter! Das kann doch nicht wahr sein. Ah Lars. Ah Lars. Der ist voll über dich drüber geschossen und dann an den Gegner geknallt. Ja. Hör mal auf mit deiner Kackmaus ey. Was sagt der mit der Tastatur? Man hört seine Tastatur nicht mehr so extrem. Das stimmt, das habe ich jetzt auch gerade schon so. Aber eins muss ich sagen, wenn ich die Tastatur benutze, hat das einen Sinn. Du mit deiner Maus auf den Tisch schlagen, hat einfach keinen Sinn. Das ist Ungeduld. Ja, ich mache schon Ungeduld. Alles auf nichts zu spielen. Kaffee Junkie. Ja, stimmt. Das ist jetzt meine, glaube ich, elfte Tasse. Oh Lars, du bist ja auch schon Veteran. Seit wann das denn? Ey, äh, die Woche. Los, hau und rein! Na! Ich habe nicht richtig erwischt. Ich habe extra nur abgedriftet, weil ich dachte, ja, der geht da so oder so rein. Ja. Nicht so ganz. Ach, Mist. Oh, sehr schön, Janik. Ich bin voll daneben gefahren, ey. Ich gehe mal nach hinten. Ah, ich habe nicht gekriegt. Oh, kommst du dir? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und ich wurde zerstört. Nur mal so. Ja, es ist nicht so schlimm, weil das vorne. Ah, der... Oh nein. Sehr schön. Boah, den hat er aber Pfeffer gegeben. Ja, klar, Junge. Mal bitte. Ah, ich habe nicht in der Mitte pfeffern können. Oh, oh, der kommt aufs Tor. Sehr schön. Ach, Arschlecken. Boah, ey. Die zerstören nur noch die Idioten, ne? Kann das sein, dass das nur der eine ist? Wer, der Bumbu? Der, der will. Ups, der geht mitten aufs Tor. Ja. Oh, sie sind alle vorbei. Alter, und dann werde ich auch noch weggefickt, ey. Der Pfeffer, der Boah. Ich gehe da hinten. Nein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. War ich denn hier hinten, ey? Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Was machst du denn da in der Wand lang? Ich finde die Wand ganz schön. Ich wollte das mal von oben alles betrachten. Was hast du? Nein, ich bin da nicht. Ich war nur so über den Torpfosten geschlittert und dann habe ich mich die ganze Zeit gedreht. Sehr schön. Naja, der war nicht so geil, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Er war geklärt. Sehr schön. Der war aber schön. Richtig geil verarscht. Ich bin hinten. Jo. Nein. Ah, schade. Oh, der ist schön drübergezimmert. Boah. Fast hätte ich dem das vor die Füße gelegt, sozusagen. Du hast es ihm vor die Füße gelegt. Der war nur so dumm. Ey, das gibt's doch. Oh nein. Lassen. Bumm. Alter, ey. Fickt er mich mit weg. Aber das war richtig gut, weil jetzt bin ich am Ball. Nicht. Oh, shit. Der geht aufs Tor. Ja, ja. Warte. Nein. Lars. Ah, ja. Oh, nein. Der ist aufs Tor gegangen. Schnelle Geschichte, ne? Oh, shit. Ja, der gefliegt am Tor vorbei. Zu schnell. Du hattest den einfach nur zurückspielen müssen eben. Weg. Umstück. Umstück. Hm. Tja. Kommst du euch gegenseitig weg. Ah. Oh, shit. Hm. Es ist hinten keiner. Jetzt kassieren wir einen. Ja. Alter, Lars. Ich bin hinten. Ich war noch hinten. Ja, wo? Ja. Du warst irgendwo anders. Du warst nicht im Tor. Ich hätt mich fast getroffen. War nur fast. Weißt du, bei mir meckern wie ein großer, aber sei doch nach vorne fahren, ey. Äh. Warum wollte keiner von euch fahren? Keine Ahnung. Ich dachte, Janik fährt. Hab ich. Und er hat wahrscheinlich gedacht, ich fahre. Hm. Alter, fick dich. Ach, Mist. Junge. Mann. Kotz mich das an, diese Zerstörerei. Wisse, der, der will. Verfickter Hurensohn, ey. Also, Janik, ne? Dieses Video macht nur bitte plus 18, ne? Hahaha. Ach, das gibt's doch nicht, Alter. Uh. Ey. Ey. Das gibt's doch nicht, dass die dauernd da sind. Ja, der Ball war doch nicht gut. Ich weiß, dass der nicht gut war. Trotzdem, kann ich auch mal Glück haben. Äh. Können wir uns jetzt beim nächsten Spiel bitte konzentrieren und einer bleibt hinten? Ja. Ja, wenn er auch sagt, dass er hinten bleibt, dass er auch wirklich hinten bleibt? Ja. Ja. Du auch. Du hast dieses Spiel mehr vorne rum gedümpelt, als du hinten warst. Ja, ich hab auch nicht einmal eine Sekunde gesagt, dass ich hinten bleibe. Vorher, sag ich einfach. Der beste Abwehrspieler bleibt hinten, das ist Kata, oder? Eigentlich, Janik, eigentlich auch nicht. Nee, ich kann Abwehr nicht. Dann ist es Kata hinten. Ah, Kata. Fick dich. Ich bin nicht nur der beste Abwehrspieler hinten, ich bin sogar besser als du vorne. Ja, aber du bist der bessere hinterher, also ist hinten wichtiger. Nö. Bin jetzt erstmal vorne. Ja. Sobald das Ding durch ist mit dem Angriff, dann geh ich auch nach hinten. Jetzt geh ich nach hinten. Alter. Und der geht volle Kanne aufs Tor. Nee. In die Ecke rein. Alter, nicht dein Herz. Jetzt aber. Sehr schön, Janik. So muss das. Aber wie der bald auch herangeflogen kam. Ja. Hat der Lars sich danach nochmal erstmal schön reingekippt ins Tor, oder was? Da sah das zumindest aus. Da brauche ich gar nichts, Mann, ey. Achso, du bist hinten. Ja, ja. Ich habe doch gesagt, danach gehe ich da hinten. Ich habe dich nicht gesehen. Deswegen dachte ich, da wäre keiner. Ich bin die ganze Zeit hier. Oh. Ja. Da ist er noch. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Parade, Junge. Was? Was war das denn? Der war noch dran. Ich wollte ihn da rausholen. Schön. Und da kam er. Klaas. Schön. Das hat doch nicht so viel zu tun. Du hast ihn voll angeschubst. Der ist viel schneller gefahren, als ich überhaupt mir vorstellen konnte, dass er fahren kann. Oh. Schade. Nein. Ah, nee. Lass das lieber. Oder? Was willst du? Alles gut. Lass den doch. Sag doch was. Ja, was machst du denn schon wieder vorne? Ich bin schon längst wieder hinten. Ja, du warst aber vorne. Ich habe den Angriff angeführt, Mann. Bist du besch... Ich habe mir beigespielt. Ruhe. Ist gut. Ich habe den Ball... Was du für einen Schwachsinn heute erzählst, die ganze Zeit. Hauptsache, du bist nicht schuld. Nein. Ich war die ganze Zeit vorne am Ball. Der Ball war von mir gespielt. Ich war bei dir. Ich habe den Ball nach vorne weg verteidigt, weil er auf mich zukam. Und dann bin ich mit dem Ball gefahren. Die ganze Zeit. Oh, das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Jawohl. Ja, aber. Wäre schön, Janik. Mehr, besser Vorlage geht nicht. Genau. Sehr schön. Ja. War fast ihn viel zu geplant da. Warum fliegt er denn wieder in unsere Richtung? Wie soll das denn? Bin ich nicht okay? Oh, nein. Nein. Noch mal nur. Ja. Okay. Oha. Nein, ich bin daneben geflogen. Das war nicht mal. Wäre nicht mal einer gewesen? Doch, wäre deiner gewesen. Du warst jetzt das dran. Stimmt. Ja, egal. Ist egal. Den wollte ich sicher. Na gut, der wäre auch so reingegangen, weil das ist ja nicht schlimm. Ja, aber weißt du, ich sage ja gleich Entschuldigung. Oh, ja, 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 sehr schön, Janik. So läuft das. Wupp. Katja, bist du jetzt beleidigt? Na? Ich glaube schon. Aber ich glaube, er konzentriert sich mal ein bisschen. Außer der ist derjenige, der da gerade nicht fährt. Kannst du mich verarschen? Irgendwer, der muss doch vorne gerade gestanden haben, hat nicht gefahren. Ich stand hinten, glaube ich. Ja, dann ist gerade nicht gefahren. Ich glaube, ich das... Ich stand in der Mitte. Ich stand in der Mitte. Ich stand in der Mitte. Ja, da war es Janik. Nee, hinter mir, wenn. Ich guck das gleich mal. Ich stand vor mir. Warte, ich guck das gleich mal nach. Nein! Und ich bin hinten. Dann bleib ich hinten. Da ich nicht hinten geblieben bin, war ich vorne. Lars, ich stand vor dir. Ich habe nach hinten geguckt und habe dich gesehen. Ich stand vor dir. Ich bin nicht blind. Entweder warst du blind in der Szene oder irgendwas anderes. Irgendwer ist auf jeden Fall von euch beide nicht gefahren. Wartet mal, wartet mal, Leute. Ich gucke mir das gleich alle erstmal an. Dann sage ich euch das. Ich sage extra noch, ich spiele gerade nach vorne. Wer bleibt nicht hinten, Lars? Den gebe ich zu. Jetzt stehe ich neben dir. Können wir jetzt uns bitte wieder konzentrieren? Ah. Das ist ein Janek. Wie darfst du? Fast aufs zu. Ach Mist. Oh nein, den habe ich falsch getroffen. Das war... Wow. Was für ein Volley-Treffer, Junge. Nein, nicht schon wieder. Kann doch nicht wahr sein. Allerdings. Ich fliege hin. Ich auch, aber das war irgendwie daneben. Ups. Diesmal war ich daneben. Nur auf dem Boden pitchen lassen. Oh, Glück gehabt, ey. Nein! Endlich. So, meine lieben Freunde, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, macht einfach am besten gar nichts. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis denn. Tschüsselü. Tschüüüü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü